Flashback Sound-Effekt wäre viel zu einfach scheinbar. Ich habe auch schon nach Flashback gesucht, nach, nach allem. Wer macht eigentlich was? Haben wir feste Poses? Keine Ahnung, ich mache einfach außen. Ich habe auch schon, ich weiß, dass Holly den Effekt mal benutzt hat, aber Holly ist nie online. Nee, ist nie online. 4, 3, 9, 21, Pi, alle A. Boah, das war aber krass, der hat auch direkt hochgeballert. Keine Chance. Ich habe direkt von Elliot-104-Klick des Todes gekriegt, obwohl ich nicht mal der Erste war, der da war. Leider noch kein schönes Trade-Off von Bowie-Knife bekommen, aber ich bin immer auf der Suche. Oh, unser Current-Mood-Bottomless-Pit hat auch richtig gutes Feedback auf jeden Fall. Nach der Community. Glaub ich, bei Histographer. Die sind draußen, Main. Steps outside an Main. Gut, dass du draußen gehalten hast, wechs. Ja, ich habe, ne? Da gehe ich einmal nicht nach außen, schon kommen sie, Alter. Erstmal wieder typisch hier. Du stehst die zweite Runde und du gehst erstmal nicht raus. Main hat einen Header kassiert. 10 AP Main. One on Main. Wir sind immer noch in der Main. Also, läuft jetzt schon Garage rum, weil keiner außen hat. Ich kann da nicht hoch, ich bin so unfähig. Piep, 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 piep. Alter, ich habe von genau dem einen Klick bekommen und weiß nicht mehr von wo. Direkt aus der Hölle, ey. Rein in die Hölle. Oh. Kaufen, nicht kaufen. Ich kaufe. Nicht kaufen. Wann kaufen wir in der dritten? Was? Ja, Counter. Weil wir ja nichts geholt haben. Wir haben alle nur MPs. Ja, aber deswegen haben wir eben gerade geforced. Ich habe nichts geforced in der zweiten. In der zweiten Forcen ist da Bullshit. Hä, was? In der zweiten Forcen macht nur Sinn, wenn wir drei Kills haben. Nein, so ein Schwachsinn. Natürlich, weil dann das Geld reicht, um zu forcen. Nein, du kannst der Kevlar für dich hier Pistol holen. Oh. The King. Ich habe 20 AP. Ey, das ist nicht wahr. Main ist so low. Ja, wie, was machst du denn? Silo ist einer. Du da, du Hure. What the fuck? Oh, what the... Oh, okay. Oh, kade. Der hat natürlich kein Damage. Weil ihr Mike Foster sehen würdet. Letzter war bei denen außen oben. Oben auf dem Dach mit 60. Okay, okay. Ja, ich habe ihn auch noch 26 gedrückt. 200 Stunden, der hat Arme übrigens. Der war klar. Böhm. Nö do weh mal die Diegel in die Hand. Die gut aus, ne? Ah, die Neue, ne? Äh. Aus dem Grundcheck nie jemand die Tür hier. Nie. Und da steht er. Und jetzt bis er dort. Ja, das auch. War ein bisschen nicht mehr toll. The Sound that's a police. The Sound that a bee's. The Sound that a bee's. The Sound that a police. Ghostie, vielen Dank für den Resub. Schön, dass du noch da bist. Genauso wie Lady Merkin. Danke für den Resub. Teut mich sehr. Ach, nee, komm ich safe. Alles explodiert. Oh mein Gott. Jetzt kommt bald wieder ein Schub neuer Games. Echt? Ja, mit vielen. Wenn du in die Titel zum Beispiel noch ein paar mit dazu nimmst, ein paar gute, dann kommt der Black Desert. Ich infol mich da schon länger nicht mehr irgendwie. Du spielst ja nur ein Spiel. Draußen ist wieder ein bisschen Action. Kann man wieder machen. Ich geh mal, wenn, zu Secrets. Ey, oben. Oben. Der ist schon Secret, what the fuck? Ey, oben steht einer drauf. Noch einer draußen vor Garage. 4 HP oben, Cat. Aufwand über der Leiter. Die scheiß AK-Arme. What? Kann er eigentlich durchsprayen? Weiß gar nicht mehr, ne? Ja. Ich glaube der AK nicht, oder? Ich glaube, ich würde mir das vorstellen können, das Holz schon. Okay, kann man also doch. Gut zu wissen. Was haben wir denn so schnell runter? Durch einen Schacht? Ja. Ja, schüß. Go, push. Du weißt, wo er ist. Kannst du smoken, oder so? Ne, töd ihn noch einmal. Neins? Rechts? Ja. Das wird knapp. Ich glaube, das packst du nicht mehr. Okay, vielleicht doch. Holy shit. Also meine Annahme war tatsächlich berechtigt. Ich stand, als ich unten auf dem Silo war, irgendwie immer noch in der Luft. Dieser Sockel da, der hat eine andere Box. Oh, ja, das kommt tatsächlich ein paar tolle Intervierte raus. Ja, ist wieder Zeit. Leider zu viele in kurzer Zeit. Es geht einem auf den Sack. Ich habe auf die GameStar gelesen. Da stand dann so Upcoming Games 2016. Da waren schon ein paar gute dabei, muss ich gestehen. Aber ich habe mich mega wegflasht. Heute kommt, äh, Ventrush, Ventrush. Wechs, ich wäre da gewesen, ey, wenn du mir nicht gestochen hättest. Hab ich das load, oder was? Natürlich. Rampen auf B. Hinter euch, Rampe. Nein, ist jetzt los. Heute kommt auch irgendein interessantes Game raus. The Flame and the Flood. Nee, 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 noch in Anführungsstrichen billiger. Aber ich bin sehr gespannt. Das ist ein Online-GTA als Beispiel. Okay. Das ist 128 Spieler pro Server mit Jobsystem und halt... Aber kein Steam, oder? Doch, Steam. Okay. Okay. Ich schau mir gerade wie bald bei Steam-Spielern. Habt ihr eigentlich schon... Hast du schon was, äh, irgendwie... Sag mal, deine Draußen-Position hast du komplett weggeschmissen, oder was? Devil... Devil's... Ja, shit, wie hieß es nochmal? Devil's Bluff? Devil's Dagger, oder sowas. Wechs! Deine Position draußen. Ist dir egal. Der war nicht draußen. 20 HP Rampe. Du hast von einfach an gesagt, du bist draußen. Die sind schon Main drin. Pommes, könnte noch einer mit 20 kommen. Oder die Tür. Das war der... Joge, wie treffe ich denn nicht? Der ist down. Nice. Liquid. Nice. Ne, ich mein, das spielt Devil Dagger, genau. Ne, das sagt mir nix. So ein Wave-Shooter. Der echt krass aussieht. Morgen kommt auch wieder ein neues Minecraft-Ding. Äh? Achso. Minecraft-Fake wieder. Aber... Es sah gar nicht... Also es sah schon fertig aus. Ich glaube, es ist auch kein Early Access. Okay. Was gibt's noch? Ach, das... Das... Oh, ich weiß, wie das heißt. Portal Knight, oder sowas. Genau, genau. Das sieht eher aus wie Sky Saga, finde ich, ne? Sky Saga, ja, das gibt's ja auch noch. Oder das gab's auch noch. Noch einer Main-Low. Noch einer Pommes. Zwei Stück auf Tournee. Zwei Stück am Z-Low auf A schon. Noch einer muss da sein. Ja, das neue Doom kommt ungeschnitten nach Deutschland, bedeutet nicht, dass er im Nachhinein noch indiziert wird, von daher wertlos. Naja. Aber es sieht echt gut aus. Ja, das ist ja das Schlimme. Die wird zum Meist indiziert. Oh, Gates of Hell, was ist das denn? Wobei, das sieht gut aus. Days from Hell? Ja, genau das. Genau das. So ein Fun-Racer. Das ist ein Fun-Racer. Ich wechsle immer hin und her. Mega-Projekt. Einfach, wie ich lustig bin. Okay, ich spiel wieder aus, alles klar. Ich war schon. Hilfe rum. Außen steht. Dass der nicht umgefallen ist, ist so lächerlich. Die pushen schon. Zwei über Main, glaub ich. Loll, Nub, bitte keine Fragen spammen. Lüge. Oh Gott. Ey, einer steht noch außen. Ich hab richtig kalte Hände, ey. Uff. Tu und tu. Wenn ein AWP noch aus ist, muss der unten ja alleine sein. Also jetzt. Oh, warte. Der kam Rampe schon hoch. Alter. Ich müsste hinterm Silo sitzen. Ich gehe. Ich gehe. Keine Problem. Ich hab mir gestern noch mal ein Dingens Stained angeguckt, ich find die geil. Was für Ding? Bowie Knife Stained. Ah ja. Das ist das erste Messer, wo ein Stained voll gut passt. Die pushen schon wieder Tür. Sind Tür durch, ne? Passiert immer, wenn Leute ihre Position wechseln. Ja, wechs. Was, ich? Ich bin unser letztes Mal aufschlossen. Der erste kriegt direkt wieder den Bond-Kick da. Letzter am Spot rechts, ja. Sonst def doch auch immer einer Tür. Manchmal stehen sogar zwei Leute davor. Ich war außen da, wo ich seine letzte Rolle spiele. Der Random kommt halt ab und zu mit Door, dann irgendwie doch nicht. Und ich bin halt gleich weggerackt worden. You're running off, sucken. Drop mal bitte einen, dann in vier. Kein Gehörer, nachdem ich euch gestern, äh gestern genau, eben beide Runden, bei beiden dann ne Waffe getroppt hab. Jetzt haben wir's. Nice. Und beides sind weggegangen, sehr schön. Vielleicht das 1M4 liegen bleibt und ich hier extra 4.000 verschwendet hab. 4.000? 4.000 für 2. Alter, das war ein Sommerangebot. Für meine Special Level 4. 4.000 zeig dafür, ey. Thomas wurde gesmoked. Ich weiß nicht, ob das von einem... Ja, einer flug. Ach, ich spiel... Jetzt spiel ich wieder Cat. Oh! Einer ist, äh, außen, außen drei. Außen drei. Zwei sind oben. The Cat. Nice. Nice. Dankeschön. Oh nein, der holt mich. Der ist hinterm Siedlo, aber die Bombe liegt oben. Ja, dann sort of guckt wieder hoch jetzt. Schön. Den Galleskill hab ich natürlich nicht geholt. Der Typ, der mit der Shotgun unten... Allein in so'n Käfig stand, den hole ich nicht. War halt schon so ne, ne? So ne Leistung für sich. Ich finde, dass ich... Was? Er glaubt, es heißt Sonic Flashback. Sonic Flashback? Dieser Effekt, nachdem du suchst. Okay, weil ich hab was anderes gelesen, dass... Also die Vorgehensweise, wie ich den Effekt erstelle. Sonic Flashback, okay. Ich verlasse Tür, ich geh Secret hinten durch, weil unser Mate draußen down ist. Oh, what the f... Okay, ja. Good Job, äh... Purple? Purple, fuck. Sind die runter? Ne, noch nicht. Ich bin Secret. Ach, jetzt kam meine... Ja, hier kam Tür rein. Auf A ist wieder rausgegangen. Äh... Schmuh... Ich konnte es leider heute noch nicht testen. Ich hab viel aufgenommen heute. Aber es kam grad noch... Deiner steht Secret auf. ...n relativ großer Patch. Der ist Blue drin, lol. 50 HP im Blue. Letzter A, low. Wo waren die Bomben down? Ich hab sie nicht gesehen. Ich hab auch nicht. Vielleicht hat er die. Aber er hatte sie nicht. Nee. Hätte ich aufm Radar ja gesehen. Jetzt ist er wieder auf A. Oder unten. Unten. Oder oben. Ne, der ist unten. 10 Sekunden. Ja, Bomb has been planted. Rausgesetzt der hat sie. Sonst würde er nicht... Jetzt plantet er gerade. Jetzt plantet er. Bomb has been planted. Guck mal bitte unten links. Ist er da oben, oder? Die Bombe ist oben, ja. Ja, hier mit dem Schacht. Die Bombe tickt so schnell. Die Bombe tickt so schnell. War ja doch über mir, ey. Jalla, jalla. Ja. So. Okay, das war's. Okay, das war's. So. Machen wir eine Eko? Boah, ich muss unbedingt... Mach keine Ecos. Ich hab 5-7 da vorne hängen gelegt, vor Dalu. Falls jemand wo ist, will keiner, hat keiner. Okay, für mich die selbst. Will keiner von dir. Bitte dann dreh ich 5-7 da. Ne, der Random hat mir eine Eko gelegt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Es ist hoch. Ah, nur mit echter Cocktail-Sahne. Danke dir. Das ist komplett ausgeglichen, die ganzen Teams, also von- von Stats her. Hm, naja. Was, naja? Ja, haben alle gleich 4 Kills gemacht. Also, wenn man nach dem Team zusammen zählt. Fuck, Hengotu ruft mich an ey, ich hasse den Kanal ey. Ist heute wohl allgemein mit mir, bei mir hat Vodafoda heute angerufen. Rampe. Hey, schon da, schon da, schon da. Jetzt muss ich sagen können wie weit der schon da ist. Beide runter. Ich bin direkt vor deinen Augen abgeknallt worden. Ja, das heißt ja nichts. Und einer wartet noch in ihrem Vorraum. Ich hab voll die Low FPS auf den Maps, auf den neuen. Echt? Ja. Einfach die Grafik auf Low und Cap auf 144. Das ist sowieso Safe A ey. Was zoomt hier denn ey? Folgt ihr euch mal arschen? Möhöhöhöhöh. Das ist doch ein Witz oder was? Ach, stirbst du? Ich weiß, ich wollt nur wegen der Deathcam. Oh Gott ist das lang. Ehhhhhhhhh. Ich kann nicht droppen. Farmers könnte ich legen. Oder das... Ne machen Ego ne? Oh. Ja. Ja. Ich will jetzt sagen für den Vorschlag bei dem Sonic Flashback. Das hat mich genau dahin geführt wo ich hin wolle. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Zuna Sonic Boom. Draußen wieder Action. Ja, ja, draußen ist immer Action. Komm, wir müssen draußen zu viert. Ja, ich bin sofort da und... Es ist auch keiner mehr draußen, Mann. Ja, deshalb... Was? Der Typ hat an ohne Scheiß. Alter, ohne Mist, ne? Das überlebe ich nicht. Ja, nachdem er mich auch tot geblockt hat. Der Current Mood war aufm Spot, ne? Der war unten A-Spot, ne? Hat dich da oben geholt. In mich? Ja, der war aufm A-Spot. Er hätte auf den anderen noch geholt von unten. Der hat mich voll weggetraillert. Er ist einfach eigentlich scheiße auszudecken als CT. Du musst eigentlich mittlerweile zwei außen decken. Einer irgendwie... Ach, zwei außen. Außen muss halt... Komplett defensiv durchlassen, so ungefähr. Also einfach sagen, wo die dann lang gehen und nicht äh... Challengen. Oh, die Scheiße. Hier, unser Random kauft ne AWP und pusht. Äh, ist der Rampe gestorben oder wo? Ich hab keine Ahnung. Der ist schon bei denen Radio gestorben, hat denen eine AWP geschenkt. War das... das ist gut? Ja, das war schrecklich. Oh, so richtig... Push mit Arme. Der Typ, Alter, ist Garage. Er steht Garage. Er guckt Cat Garage. Äh, war das der? Ne, der ist... ist der down? Ja, okay. Hast du. Hast du ihn gesehen oder nicht? Ne. Ach, der Mirko ist ein Deutscher. Ja. Naja, er wundert mich nicht. Er redet aber nicht. Büchtern. Naja, mit 12, ne? Mhm. Ja, hast du gezoomt? Äh... Das solltest du halt nicht hören. Secret ist er und zoomt. Hab ich aber gehört. Oha lol. Aber das Zoom war trotzdem wegs. Was? Main ist er. Ja. Hat er die Bombe? LOL! Good job, ey. Das ist der Corel Mood der... 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 ...danggeschaut hat. Ja, weil der Corel Mood, der gibt hier die Calls. WTF? Ähm... Schauen wir mal die Demo danach an. Ach Bullshit. Wurzst du die Zeit damit verschwenden? Du spielst Counter-Strike, es werden monatlich 50.000 Leute gebannt. Das gibt mir ein besseres Gefühl, wenn ich Hacker call. Kannst du neben Match callen. Ja richtig, aber meistens haben sie wahrscheinlich nicht an. Meistens würde ich sogar gar nicht sagen. Ab und zu haben sie nicht an. Einer Garage noch. Ach einer ist da oben, er kommt umzeig, wenn ich mich umdrehe. Es ist typisch. Cat hat ein bisschen gefressen. Wo sind die Bomben? Nein, Bomben ist doch fucking Idiot. Du Spacken! Das war Purple. Jedenfalls am Anfang. Wieso kann ich ihn denn beleidigen? Ganz schön böse von dir. Ja, ne? Leben ist hart, ne? Kein Ponyhof. Leben ist kein Ponyhof. Leben ist kein Ponyhof. Wie sieht das denn in mir aus? Ja, Toto! Komm! Einer auf Garage noch. Äh, springt runter. Zwei sind Garage. Einer ist noch vent drin. Glaub ich, weiß nicht ganz. Das ist der dritte One-Click dieser Runde. Oh fuck! Voll. Phil Shuba! Vielen Dank für deinen Resub. Schön, dass du am Start bist. Ich bin da schon mal auf den Desktop geflogen. Oh, das hat er angefangen hat zu schießen, ne? Jaaa! Perfekt! Timing! Echt? Ja, ganz weit oben. Auch kein Ausredenbuch, weil das sind keine Ausreden. Das ist so passiert. Das versuche ich meinen Zuschauern auch jedes Mal zu erklären. Aber die haben das alles von Dahl übernommen. Als er angefangen hat mit dem Ausredenbuch. Ja. Da meinst du, wie oft ich mich jetzt anhören darf für Ausredenbuch Seite 32? Ich weiß nicht. Ja, warum schreibst du so? Denkst du ja auch so viel Mist aus. Okay. Äh. Wo war der? Der kommt doch im... Der ist rum, der ist rum. Der ist Radius. Einer pusht Radio. Geht zurück. Ah, hä? Von wo hat der dich gekillt? Oh, ich hab ihn getroffen. Okay. Plötzlich ist der von draußen einfach mal Rampe. Ja, okay. Läufe ihm. Was kann der Moiko denn so auswählen? Gar nichts. Können wir Eco Rush Vent mal machen vielleicht? Auf B? Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Eigentlich wird das nix, aber... Wieso nicht? Weil der Typ... Nee. Der Typ Main steht sowas von eher da. Nee. So erst recht. Der erste kommt vielleicht durch. Und das war's. Die Bombe nicht. Der nice pushler, der. Der nice Bombe irgendwie. Ja Moiko, wir würden uns einfach mal keinen Spaß zeigen. Danke. Danke. Da ist er schon. Bin tot. Ja, ich bin durch. Ich kam nicht durch die Tür. Ja, ich kam durch. CT ist früher da. Oh, direkt oben. McElroy! Danke für die 3 Euro. Oha. Ushka spielst du wieder mit Dallus Smurf? Weil mit seinem Main Nova 3 nicht starten konntest. Als ob der einfach durchrennt. Eldian, bist du wirklich so wie Tardals? Hey Michi Bird, willst du gleich für eine Runde mitmachen? Einen Platz haben wir noch. Lass den Spack mal abziehen, ey. Obwohl, nee Quatsch. Ich glaub, äh... Gentlemen, the King! Ich weiß nicht, welchen Rang du hattest. Aber er war gut. Editora, vielen Dank für deinen Resub. Schön, dass du sozusagen dabei bist. Äh, AK Elite oder sowas. Oder wie das heißt. Ja, er hat nen Uprank doch bekommen. Achso. Ahja, ahhh. Als Dalu den Uprank auf LE bekommen hat, hat er den auf den DMG bekommen. Gute Job, Nate. Ich hab ihn nicht gesehen, Mann. Er ist jetzt wieder draußen oder was? Kriegen sie alle oben weg. NEIN! Ohhhh! Invictus! Danke für die 5 Euro! Gibt's Vex Ausredenbuch irgendwo zu kaufen? Werde ich bald im Merch Shop haben. Nein, Quatsch. Fehlen haben wir den Support. Er stirbt halt nicht draußen. Einer ist auf Garage. Oh, ja! Wieso guckst du nur weg, als die Nate explodiert ist? Naja, keine Ahnung. Zu viel. Zu viel. Alle gleichzeitig. Der oben zeigt sich nen Schritt. Ja, sie brennen aber. Sie brennen aber. Schade, sie haben uns gelöscht. Wie kann man das dann machen? Zusammen draußen mal lang? Das ist der AWP, ne? Rampe-Pulco auch mal was machen. Nur Rampe ist ne AWP. Nee, draußen ist auch einer. Der Hedison hatte eine. Ja, das schon. Komm, ich reporte jetzt gleich mal für Griefing. Ich hab Bock ihn grad zu TA'n. Ich hab auch keine Ahnung. Ja, ich auch. Ohne Mist, ne? Wenn man so lustlos ist, dann kann man auch gleich von Anfang an tot sein. Wow! Ey, bist du nicht falsch, man? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass ich spiele einfach nicht mehr zu spielen? Einfach dein Leben nicht zu verschwenden. Ah, die Tür ist auf! Nur 6 HP. Können wir Rampe durch? Hier, go, go. Schön, Wax. Nur 6 HP, Bois. Kommt jemand bitte mit runter? Könnt ihr mich irgendwie einspoken? Och, keine Chance. Er hat das... Einer ist Wend schon runter, einer ist nach oben auf Kett. Ach, wow. AWP im Wend. Er kommt halt instant zurück. Warte, warte, warte. Eine Toilette Tür. Eine Toilette Tür. Unten rechts, sie. AWP, glaub ich, ne? Ja. Peace. Aber dass der zurück kommt, war doch klar, weil du nachladen musstest. Ja, aber so instant auch. Ich dachte, ich komme noch die Treppen runter. Ich meine, ich hätte ihn so oder so irgendwie kriegen müssen, aber ich komme mit der Maus nicht nachher irgendwie. Heute ist viel zu warm, Leute. Wie? Zu warm? Ja. Ist fast wie im Hochsauber gerade hier. Ja, okay. Ehrlich, ohne Scheiße. Bei uns hat es gestern geschneit. Und dreht es hier von Hochsauber. Haben wir heute schon überlegt, jetzt direkt Fenster alles schwer angewandt aufzuhalten. Ah ja. Dann braucht man nicht viel, um... Woher hab ich mich überhaupt gesehen? Einer... Einer ist Main. Alter, wieso kommt der Alex raus? Wie... Ähm... So ne Garage. Keine Chance wegzukommen. Alex ist draußen. Einer ist oben Cat. Letzter war oben Cat. Jetzt kommt der Molly des Todes. Geht ja nicht. Würde am Glas abprallen und dann vorne landen. Nice, lol. Okay. Der war lau. Gute Runde. Packen schön. Ah shit. Nicht aufs Geld geachtet. Ich glaub die haben Echo. Okay. Weißt du hier durch? Drei Rampe, noch drei Rampe. Drei Rampe. Wow. Drei noch Rampe. Krieg die Bombe. Noch zwei. Schieß mal durch die... Kannst du da durch die Wand? Nice, da auf jeden Fall. Du hast die Bombe. Ja, komm lass einfach Rampe gehen. Schuss noch. Nein. Geh doch A. A ist frei. Sag mal, was machst du denn da? Jetzt haben wir die Bombe nicht mehr. Ich denk mal einfach, auf dem Weg dorthin können wir sie einfach töten. Auf dem Weg zu A oder was? Ne, zu B. Ja, aber das ist doch absolut nicht safe gewesen, die Taktik. Ja, ich hab jetzt nicht gedacht, dass er 100 Schüsse aushält. Er hat die Bombe. Und wo geht er hin? Er kommt zu dir. Siti. Ey, ne? Ne? Wow. Er sieht den rauskommen und was macht er, zieht die Flash und springt im Kreis. Auf jeden Fall effektiver als schießen. Ja, ja, ist okay jetzt. Wex hat die Runde echt weggeschmissen. That's true. Ich sag, die sind einfach warnings verteilt, wenn wir auf... Junge, wenn A frei ist, läufst du mit der Bombe doch nicht durch die Smoke in einen Crossfire-Spot. Ja, ich erwarte nicht, dass die da bleiben. Was? Ich erwarte nicht, dass die da bleiben. Warum sollen die da bleiben? Wieso gehst du da hin? Alter, das hat so überhaupt gar keinen Sinn. Du brauchst gar keine Ausreden suchen. Das ist dafür keine lustige Antwort. Alex steht Main schon. Red draußen. Au. Einer Main. Ja. Wo ist die ein Fehler geflogen? Zum roten Container in die CT-Base. Macht dem keinen Schaden, oder was? Einer unten. Oh, ich bin alleine. Secret. Natürlich. Oh, ne? Ehh. Seite 54 und Wex Ausreden-Buch, ja. Ja. Schon ein Bestseller. Ehh. 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 Was hast du für ne kriminelle M4? Da ist kein Chally draus Nice Jetzt hast du's getroht durch das nice callen Oh Waffe hat nur 6 Schuss Das war der der mich draußen getötet hatte aber könnte ich überall sein Unten ne? Ja 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 Das ist oben auf jeden Fall Schöner Flick Schöner Flick Schöner Flick Schöner Flick Und ey Er könnte ein bisschen rum tricksen hier mit den ganzen Sounds Schöner Flick Er war richtig Hatte mich in Panik gedreht und hat mich selbst verschocken Ja wahrscheinlich schon Mirko so macht man das im Vogel Schöner Flick Let's go Aber komm er ist ja vom Clan Fire Dragons Mit ne individuellen Z hinten dran Mit ne Null Und dir das zweite Wort groß geschrieben Hab ich auch mal als ich elf war Ja Rampe 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 3 Rampe 3 Rampe 3 Ey yo Warum geht ihr alle außen lang? Ja weil die es anscheinend wussten ey Und warum sagt das keiner von euch? Die anderen sind wieder oben schuld Einer schon blue Einer draußen Oh weiii Warum nicht so Schöner Oh überall kommen sie jetzt Und Mirko Mirko gib ihm Oh ne Du du nade hier Das ist der strong guy steht hinter mir und guckt zu Wie ich beim plantenden geschossen werde Was ich lustig hab Ja der stand auf dem Spot und hat sich im Kreis gedreht Bin ich der einzige der denkt das Vex ab und zu sich wie Gommen hört Moment Nein das bist du nicht Ich hör mich Moment okay Zusammengefasst ich hör mich an wie Gomme Und wie Alexi Beksi Außerdem seh ich auch aus wie Alexi Beksi Das Schlimme Ich kenn Gomme Stimme ja ne Und wir hatten nicht Ansatzweise dieselbe Stimme Dann hör ich mich auch noch an wie äh Wie hast du noch mal? Delay Auch hast du dich ja Das ist so ein Quatsch Keine Ahnung Keine Ahnung Von den Stimmen die da gecallt wurden Hast du noch am ähnlichsten die Stimme von Alexi Beksi Das liegt aber nicht an der Stimme Echt? Sondern an der Mikro-Einstellung Ja okay Da ist bei Red Team Red Team Red Team Red Draußen Sein komisches Babyface geht mir so aufm Sack von dieser Hessel Ey so wie ich das kann ich jetzt gar nicht haben Wow Einer oben und einer auf A-Spot Der ist immer noch oben glaube ich Der ist immer noch oben glaube ich Höhe Da ist er gekommen Und Wer kann Ja Das ist auch Der ist eine dann haben wir das Leben gehabt ja 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 Thank you very much egal wie steht, wenn 15 14 steht, ne, das ist scheißegal, dann kicken wir Mirko okay ist mir völlig egal ob wir dann verlieren aber nur zu viel Kick, der kann auch gebannt werden, das wusste ich gar nicht wir haben noch lange nicht genug gekickt, damit das passiert die pushen schon eine Rampe NOOOOOO oh Toto ey, jeder wird es verdient, man ich bin auf A, ne, noch jemand von euch? ja ja, ich muss schon, ich komme ok Mirko macht's ok ey, achso, das bist du gewesen, der rausgeschlossen hat Vorraum äh, Blue, 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 60 HP in Blue NICHT Mirko, der Volli-Glut, hat er nämlich vorbeilaufen NICHT 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 Ich hab Mirko geholt, richtig nice NICHT 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 Fuck! Ja Mirko ist auch wieder mage! I need to drop! I need to drop! Ja, 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 aber ich hab's... Oh shit! Der King hat keine... UNTER Mirko rächt sich auch noch! Der Wainter! Nein! Er sticht mich einfach! Ich... Er sticht mich einfach ab! Erstmal klaut weg mit meiner letzten Waffe! Ich konnte die gar nicht droppen! Und stirbt! Die Runde ist verdammt! Hat noch 42 AP, der Wixler! Okay, okay, warte auf! M-L-G! Okay, nice! Überziehen mich, nice! Wer ist Rampe von uns? Ich hab Rampe! King! Oh, mit einer AK hätt ich ihn! Das war das Problem! Ja, ich hab's schon gefrolt, Alter! Komm mal mit runter, B bitte! Ja! Damals hat er mir kamen losgelegt! Easy! Ich steh den Basen jetzt, oder was? Sicher? Das war der Plan, mein Freund! Ich konnte keine AK mehr kaufen! Die war ausgegraut! Der spielt echt extrem viel um, der Mirko! Ich hab's noch gebraucht! Ja, ist ein Band drin! Wow! Finally GG, Alter! Und der Eppische Drop! Krass! Oh, ich hab' noch krasser, Ringgit! Gezogen, ey! Muss schon sagen, ey! Da waren noch zwei Klatschrunden bei, ja!